Guten Morgen aus Bad Ollesloh. Mein Name ist Olaf Klaus. Ich bin heute der Einsatzleiter bei der besonderen Lage hier bei uns in Bad Ollesloh. Wir haben hier heute diverse Bomben, die entschärft werden müssen. Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier an einem Ort gefunden wurden. Und die werden heute entschärft. Wir haben Kräfte, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, der Kreis mit seiner Versorgungseinheit und seiner Betreuungseinheit, sowie das THW aus Bad Ollesloh. Wir haben zusätzlich noch Kräfte aus dem Amt Bad Ollesloh Land, die Feuerwehr Pölitz und die Feuerwehr Rümpel mit dabei. Wie gesagt, die gesamte Gemeindewehr Bad Ollesloh. Und wir werden sehen, dass wir dann heute den Tag vernünftig verbringen. Wir haben zwei Standorte, wo Löschzüge stehen und für die Sicherheit der Bomben entschärfer sind und für alle anderen Geschäfte, die wir am Tage so abarbeiten müssen. Sowie diverse Absperrmaßnahmen, die durch die Feuerwehr, das THW und natürlich auch durch die Polizei abgearbeitet werden.